Ich gehe gerne mit dem Kopf durch die Wand, sag ich mal so, also einfach drauf losdribbeln, schauen was passiert. Am Fußballspiel lebe ich, du kannst frei sein, würde ich sagen. Als Person beschreiben, lustig, verpeilt, toll fatschig. Ich bin Noah Weishaupt und bin Spieler beim Sportclub Freiburg. Ich spiele links vorne, aber jetzt habe ich auch schon Linksverteidiger gespielt, rechts vorne, aber am liebsten links vorne. Es war auf jeden Fall komplett was Neues, als ich hier ankam bei den Profis. Die Intensität natürlich, ein ganz anderer Spielstil. Ich liebe den Klub, ich spiele sehr gerne für ihn. Deswegen bedeutet es mir auch sehr viel, mein Erstbundesliga-Debüt dafür zu geben. Sie peitschen uns natürlich nach vorne. Auch wenn es mal nicht gut läuft, helfen sie uns immer. Durch kriegst du noch mehr Kraft, kannst noch mehr rennen. Und wenn wir natürlich gewinnen, ist ein geiles Gefühl am Ende mit den Fans zu feiern. Der Bolzplatz früher, da habe ich echt meine ganze Kindheit verbracht. Mein Vater war auch Profi, das hat mich natürlich beeinflusst. Die Schule erst mal fertig machen, also das würde ich jedem raten. Weil am Ende schaffen es natürlich die wenigsten. Stimmt natürlich auch. Ich hatte auch Phasen, wo ich lange nicht gespielt habe. War schwierig auf jeden Fall, weil natürlich bist du dann deprimiert. Meine größte Herausforderung bis jetzt war, auch die Geduld zu haben. Du bist an dich dran, bis dann zu zeigen, was du drauf hast. Profi wirst du, indem du, wie ich sage, viel Ehrgeiz hast. Auch immer dran glaubst, das ist das Wichtigste. Immer mehr machen. Früher habe ich auch immer nicht dran gedacht, dass andere mehr machen. Aber irgendwann wird es sich auszahlen. Das ist das Wichtigste. 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 Vielen Dank.